Können wir mal bitte kurz über Im Wasser der Seine reden? Den Film habe ich vor ein paar Tagen auf Netflix geguckt, ich wollte gar keine Bewertung machen, jetzt sehe ich Tage später, aber der Film ist immer noch auf Platz 1. Also ist es offensichtlich der beste Film aller Zeiten. Ich will euch nicht direkt zu Beginn sagen, ob ich den Film mochte, aber sagen wir mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der beste Actionfilm aller Zeiten, oder er ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Worum geht's überhaupt? Paris, Stadt der Liebe, in der Seine gibt es einen... Hi. Und nicht irgendeinen Hai, sondern einen richtig krassen Hai. Der Hai ist so krass, der ist groß, der ist richtig, richtig groß und der schwimmt da in der Seine rum und der macht da so seine Sachen. Dann gibt es so ein paar Leute, die wollen den Hai, man könnte meinen fangen, damit er nicht alle Leute dort frisst oder so. Nein, man möchte ihn eigentlich nur beschützen und man möchte ihn retten. Das ist die Geschichte. Und die Leute, die ihn retten wollen, die merken dann aber schnell, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, den Hai zu retten. Weil der Hai halt sehr, sehr groß ist. Und der ist auch nicht nur so groß, sondern der ist auch so in der Lage, sich selbst vorzupflanzen. Hai frisst Menschen, Hai will nicht gerettet werden, dumme Menschen wollen Hai aber retten und gibt ganz viele neue kleine Haie, die dann auch ganz schnell wieder sehr groß werden. Viel kann man eigentlich über den Film auch nicht sagen, außer jetzt sage ich es, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich wirklich Respekt vor Haien habe. Deswegen Hai-Filme funktionieren bei mir ziemlich gut. Wenn ich einen Hai in einem Film sehe, bin ich so unter Anspannung, dass ich die ganze Zeit denke, gleich kommt er und ich erschrecke mich. Das passiert aber nicht. Den ganzen Film überdenke ich mir, was wollt ihr von dem Hai? Lasst ihn in Ruhe. Der will nichts mit euch zu tun haben und hört doch auf, so zu tun, als würdet ihr den retten wollen, weil hier werden doch reihenweise Leute gefressen. Am Ende ist das auch nicht mehr so ein typischer Hai-Film, sondern am Ende ist das irgendwie, also wenn ihr euch alle Roland Emmerich-Filme vorstellt, ja Independence Day 2012, wie die ganzen heißen, wo alles explodiert und so, das ist der Film am Ende. Der ist wie gesagt schon ganz lange auf Platz 1 bei Netflix, scheint da draußen bei euch anzukommen. Vielleicht erklärt er mir warum, weil ich verstehe es nicht. Ich gebe dem Film wie viele Punkte? Zwei. Zwei von zehn Punkten.